So liebe Leute, ich habe ein paar Sammlungen gemacht, machen wir mal den nächsten Auftrag, nämlich anormale Misswerte. Ja, ja, ich habe die Stoffi-Kai-Safe. Ja, ich habe die Stoffi-Kai-Safe. Super power fight club. The rules are simple. Survive. Each round beats the player against tougher and tougher enemies. Prove your worth and you'll be rewarded with a boss battle. The faster you finish, the more points you get. Let's go to the floor. Okay. Interessant. Boss deflates. Welcome to super power fight club! Wait one! Fight! It's lit man. Okay. Man! Thank you! Man! Wave one! Complete! Wave two! Burning Man! Hot, 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 hot! Whoa! Hot stuff! You ain't mean. The opponents are on fire! Literally! Knew I'd win! Knew I'd win! Whoa! Hot stuff! Wave two! Complete! Welcome to the arena! Nightblade! Wave two! Complete! Welcome to the arena! And Nightblade! The nightblade is down! Tats! Tats! Bam! Bam! Zack! Let's test it for this round of Super Power Fight Club! Gold-Statter is not bad. Okay. Okay. So, weh ein großer... Johnny Gats. Ja, warum nicht? 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 Ich kann nicht finden... Ja, warum nicht? 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 Achtet ihr auf, schnettel! Come on! Kenzie, die Tür wird nicht öffnen! Ich verstehe nicht! Oh, was ist das denn? Oh, fuck you! Pohre Johnny ist auf der anderen Seite der Tür. Und du kannst nicht sogar den courage zu öffnen. Er wird sterben, allein. Und niemand von seinen Freundinnen wird sogar sehen, die Beta büriert ihn. Johnny... Ich lege dich. Ich lege uns alle alle. Wir sollten niemals ran, wir sollten wir stehen und foughten. Aber wir können nicht, weil... Wir können nicht, weil ich. Und ich weiß, dass die Leute sagen, dass es nicht meine Schuld, Aber wenn der Böse nicht zu schützen würde, dann würde du hier stehen. Ich bin so sorry, John. What the fuck? Hahaha! Es war nicht deine Schuld. Wir haben ihn zu sterben. Du hast nicht geholfen, damit wir uns selbst fühlen können. Ja, ich lege mich zu schützen, aber wir haben noch nicht die beste Teil dieser Flugzeuge. Oh, fuck me. Wie ist Schandi? Oh, fuck! Kinzie, was ist mit Schandi? Ich weiß nicht. Es ist wie sie... überall. Ich muss sie finden. Oh, das sollte... Entertaining. Oh, oh, oh! What the fuck's going on, Kinzie? I don't... Boss? Boss, are you there? K-Kinzie? Great. This could be good. Nobody thinks these things. Of course they do. Everyone always carries me through everything. Shut up. Oh, god. Okay. That was different. Shandi, that's not true. Shandi? What the hell is going on here? Hey! Get off me! Boss, are you there? Yeah, I'm still here. Hold on. Why are you in a nightclub? What happened to the plane? This is Shandi's nightmare, Kinzie. Trust me. This is where I'm supposed to be. Cut it out! Who's that? I better get down there. You're not going anywhere. Use the stun gun. Let her go, veteran child. Yeah, like that's gonna happen. Will somebody tell me what's going on here? You think you can take her from me? Use the- Agh! He's mine, you hear me? Thanks for the help. Anytime. Shandi? That? Is not Shandi. Uh, actually, Kinzie... Yeah, this is. No, something's screwed up. Shandi doesn't act like this. She has like one emotion. Pissed. This girl needs a bowl. Fast. It's fine. Just move on. Not yet, my friends. I think veteran child deserves a second chance with our fair Jezebel. Maybe several chances. What? 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 What's a lot of veteran children? Veteran child? Proper plurals take singular construction. You know, is this really the time? You know, is this really the time? How you gonna- You're not leaving me, Sean. What? Ah, just great. Shooting them only seems to make them multiply. Because they aren't being deleted. Here. I'm packing in a weapon that'll remove each one's code. There. The new gun is in. Oh! I hate people even! Hey, guys, Kueh! So, war er doch gar nicht so schlecht. 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 So, war er doch gar nicht so schlecht.